Ich habe den ganzen Tag von Schokolade geträumt. Sie schmeckt himmlisch. Mein Bauch ist zu sehen. Das gibt's nicht. Was für ein böser Plan. Brrr, ich hab so viel zugenommen. Ich muss eine Diät machen. Was machen Sie da? Unser Wächter hat so viel zugenommen. Ja, er sieht aus wie ein Ball. Komm her. Warum? Magst du Süßigkeiten? Das ist meins. Lass mich. Keine Süßigkeiten in unserem Gefängnis. Essen ist verboten. Er ist so gemein. Mann. Viel besser. Ist das ein Versteck? Ich habe einen Schokoriegel. Leg dich nicht mit mir an, sonst wirst du bestraft. Schokolade ist meine einzige Freude. Ich möchte so gern essen. Wir können ihm vertrauen. Bist du sicher? Ich werde den Brief ausliefern. Sind wir in der turbulenten Zone? Was ist los? Es ist für dich. Was ist das? Interessant. Sieht aus, als bräuchten die Mädchen meine Hilfe. Wo ist er? Glasierter Donut. Meine wahre Liebe. Es tut mir leid. Ich muss mich trennen. Hallo? Wer sind sie? Der neue Partner. Komisch. Ich habe nicht nach einem gesucht. Ich werde dir helfen, aufzupassen. Dann wollen wir mal sehen. Süßigkeiten sind verboten. Wir müssen sie loswerden. Wow. Du bist gut. Ich bin bereit, anzufangen. An die Arbeit. Er ist so naiv. Hallo? Andrew? Was machst du denn hier? Ich habe das für dich. Was ist es? Eine Überraschung. Was ist los? Hast du das mitgebracht, worum ich gebeten habe? Ja, hallo. Die Mädchen machen gerade Zivildienst. Großartig. Ich gebe mein Bestes. Machst du Witze? Entspannt euch, Mädels. Es ist nur für die Verschwörung. Gib mir den Mob. Warum? Wie soll ich denn sonst trinken? Lass mich dir helfen. Hier, bitte. Danke. Wie erfrischend. Ich liebe den Geschmack. Ich bin so gelangweilt. Wow. Das ist Kuchen. Wer hat den gebracht? Das ist so süß. Wer hat was zu essen gebracht? Das ist gegen die Regeln. Ich kümmere mich. Wo ist der Schlüssel? Herr Grün. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden ihn nicht essen. Glückwunsch. Ich will ganz viel leckeres Essen essen. Oh, yes. Hehehe. Wie ich sagte. Hey, Mädels. Ich wollte ein Stück haben. Schau genauer hin. Was redest du da? Das ist ein Huhn. Wow. Ein richtiges Fest. Es riecht fantastisch. Es ist alles bereit. Drück diesen Knopf. Okay. Mädels, kommt rein. Ich will nicht als Erste. Warum? Keine Widerrede. Vereilung. Nimm das und geh. Mach viele coole Fotos. Du schaffst das. Ich werde die Beste sein. Ich weiß, wie man posiert. Ihr werdet mich nicht vergessen können. Was ist los? Zeig mir Emotionen. Bitte zeig uns, wie es gemacht wird. Ich werde Fotos machen. Okay. Vertrau mir. Warum ist sie hier? Sie haben es selbst gesehen. Du hackst auf mir rum. Lass mich dich unterrichten. Ich zeig dir die Meisterklasse. Du machst es toll. Bitte mach weiter. Hier. Warum? Was hast du vor? Was sagt ihr? Bin ich gut? Haha. Er ist so ein Verlierer. Yay. Chips. Komm schon. Wir müssen schnell aufessen. Oh. Das ist scharf. Oh Mann. Spicy. Ich liebe es. Kannst du den Blitz ausmachen? Ich kann nichts sehen. Und? Wie ist es ausgegangen? Es hat ein Happy End. Er hat für uns Bücher. Ich hab was Besonderes. Lass mich erst nachsehen. Ach komm schon. Was macht das Rezeptbuch hier? Das kann ich erklären. Essen ist verboten. Auch auf Bildern. Du gehst zu weit. Du bist unheimlich. Mach dir keine Sorgen. Du wirst das Buch mögen. Es hat eine Überraschung. Wow. Es ist so groß. Danke. Hm. Was ist da drin? Oh. Ein Gelee. Cool. Es hat Pfirsichgeschmack. Gib mir auch was. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Was ist denn hier? Wir lernen, wie man einen Tunnel gräbt. Oh. Na gut. Viel Glück. Wow. Gerettet. Ich bin bereit zu gehen. In Ordnung. Ein Moment. Ich hab den Schlüssel vergessen. Lass dir Zeit. Ich hab noch was zu erledigen. Ah. Ich würde jetzt einen Cocktail trinken. Diäten sind so hart. Oh. Das Essen ist fertig. Uh. Noch ein paar Übungen. Ich werde Bauchmuskeln haben. Mittagszeit. Haben wir Essen? Was hast du? Guten Appetit. Du fütterst sie also? Was ist das? Das ist Brei. Essen ist verboten. Aber wir sind so hungrig. Ihr seid die Schlimmsten. Wir sind auf Diät. Wow. Dieser Brei ist hart wie Stein. Auch ein Löffel hilft nicht. Habt ihr noch Hunger? Die werden wir brauchen. Na gut. Wir sind bereit. Los geht's. Ja. Ich hab's kaputt gemacht. Warte. Lass mich mal. Das wahre Glück kommt mit der Arbeit. Die nächste ist eine Flamingo-Pose. Komm her. Ich hab etwas für dich. Ein Brot. Versteckst du Essen? Oh. Es ist gefälscht. Gib das her. Das war's. Ich bin fertig. Er wird es bestimmt bemerken. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass Essen verboten ist? Ja. Ich behalte das Telefon. Es wird sich als nützlich erweisen. Hallo. Ich möchte ihr Kombimenü. Toll. Ich warte. Ich muss herausfinden, wie ich die Bestellung abhole. Ich bat darum, zum Fenster zu kommen. Das war zu einfach. Hier. Ich bin hier. Es ist schwer. Und das Fenster ist so hoch. Ich geb mein Bestes. Nein. Schau runter. Ach. Das ist deine Bestellung? Hast du alles dabei? Es ist noch heiß. Gib's mir. Oh. Das Hühnchen sieht so lecker aus. Es riecht auch so gut. So lecker. Sind das Hähnchenschenkel? Nein. Das ist ein neuer Mülleimer. Na gut. Ah. Sei still. Was ist das? Ist das ein Erdbeben? Was? Du das? Mein Magen mag keine Diäten. Gut, dass ich in der Schule Physik studiert habe. Das ist nützlich. Was ist hier los? Yeah. Frisches Popcorn. Ist das Mais? Wie passiert das? Ich bin so hungrig. Ich stelle mir Essen vor. Ich stelle mir Essen vor. Wer ist da? Ein Klepp? Na, kann ich rein? Ich muss mich vergewissen, dass alles funktioniert. Was für ein Gestank. Was für ein Gestank. Macht ihr sauber? Siehst du, ihr braucht Hilfe. Wirklich? Komm schon, April. Ich bin's. Was machst du denn hier? Ich habe deinen Magen weinen gehört. Das hast du für mich gemacht? Nimm das. Das ist mein Lieblingsriegel. Kann ich noch einen haben? Bitte. Gib mir alle. Ich bin so hungrig. Oh nein. Die Wache kommt. Wir müssen alle Beweise vernichten. Hi. Ich konnte kein Problem finden. Danke. Bye. Mädels. Das ist für euch. Was ist das? Ist das Essen? Das sind ganz viele Süßigkeiten. Habt euch. Oh nein. Was hast du in der Hand? Ich wurde reingelegt. Du missachtest immer die Regeln. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um von hier zu verschwinden. Ich glaube, du musst genauer lesen. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Aber ich kann Mia nicht allein lassen. Lass uns hier verschwinden. Er wird es nicht merken. So einfach? Okay. Gut. Ja. Wir sind aus dem Knast ausgebrochen. Fast hätte ich die Bomben uns vergessen. Es sieht so aus, als wäre der Wärter so in seine Vorlesung vertieft gewesen, dass er nicht mal bemerkt hat, dass die Mädchen geflohen sind. Verstehst du jetzt? Ah. Sie sind weggelaufen. Aber der Schokoriegel ist noch da. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es. Abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss. Tschüss.